Schnappszahl und ich begrüße euch zu Part 33 von dem Let's Play Zombie. So, und jetzt gar nicht lang aufgehalten. Ich habe geschlafen seit dem letzten Part. Also genau gesagt gespeichert. Achso, hier bin ich aber falsch. Und wir müssen ja jetzt in die königlichen Gemächer den Arzt aufsuchen. Weil der hat irgendwas mit der Panacee rausgefunden. Dieser Formel oder Heilformel. Da müssen wir hin. Oder ein Heilmittel oder was auch immer. Jedenfalls zum Arzt müssen wir. Prepper war darüber voll angepisst und der war auch sauer und hat sich jetzt auch abgeschaltet. Erstmal. So, hier ging es zu dem Arzt. Die Tür hier ist offen, komischerweise jetzt. Und der Arzt ist nicht da. Ach, ich sehe schon. Oh, toll. Durch den Mülleimer können wir durchgehen. Da liegen neue Dokumente. Tag 3. Und die Lage verschlechtert sich stündlich. Tag 3. Teile der Omega Gruppe hoffen noch auf Rettung, aber wären sie nicht längst gekommen. Ich bleib mal hier stehen, weil wenn ich weggehe, hört er auch auf zu reden und ich glaube, der Text geht dann auch weg. Ich glaube, den Sicherheitsbereich des Labors zu evakuieren, da immer mehr Wachen infiziert sind. Zum Glück bin ich sehr an der alchemistischen Panacee interessiert. Heute werde ich meine Arbeit fortsetzen und vielleicht neue Hoffnungen schöpfen. Tag 5. Die Arbeit schreitet voran, wenn auch langsam. Wenn ich nur in die Palastbibliothek käme oder Freunde mit wichtigen Manuskripten anrufen könnte. Aber so. Die Versuche beginnen heute Nachmittag. Tag 5, Nachtrag. Noch keine Panacee, aber die Versuche haben ein wirksames, viruzides Gift ergeben. Ich werde heute Spritzen bereitstellen und die Wachen am Mund dann, sie so weit wie möglich zu verteilen. Tag 6. Die Versuche mit der Panacee... Ja, jetzt hör mal auf zu reden, da. Nicht gut. Entschuldigung. Die Soldaten mit dem Konten zeigt ein Zeichen von Besserung. Aber die Infektion verändert sich. In welche Richtung vermag ich allerdings nicht zu sagen. Tag 7. Eine Katastrophe. Wir sind alle infiziert. Nur die letzte Versuchsreihe bewahrt mich und die Familie noch vor dem Ende. Aber ich werde meine Pflicht erfüllen. Ich muss siegen. Für Königin und Vaterland. Bei meinen Untersuchungen der Infektion habe ich einige neue Überträger und Erreger entdeckt. Wirklich bemerkenswert. Ob es noch ein Journal gibt, in dem ich sie veröffentlichen kann, schätze nicht. Endlich. Ich habe alles beisammen für die Enderprobung der Panacee. Die Wissenschaft wird siegen. Da bin ich sicher, der Zustand der Familie verschlechtert sich. Bist du jetzt endlich fertig? Selbst die Wissenschaft kann sie nicht retten. Oder mich. Auch bei mir kein Zeichen der Besserung. Immer noch nicht. Endlich. Die Panacee ist bereit, aber es ist ein Impfstoff. Kein Heilmittel. Dafür der ganze Zirkus. Die Welt braucht es. Ich habe die Rezeptur in den Server der königlichen Gemächer hochgeladen. Okay. Das heißt, wir müssen den Arzt finden. Er gibt uns den Punkt wieder vor. Seht ihr da? Das haben wir schon gelöst. Wo müssen wir jetzt hin? Da hin. Zum Retina-Scan. Jetzt sollen wir den Arzt im Buckingham Palace suchen. Ja, das finde ich ja wieder geil. Er gibt uns den Lift vor. Achtung. Es gibt keine Umkehr mehr. Wenn du den Aufzug... Oh. Wenn du den Aufzug nimmst, starten die letzten Sequenzen. Das heißt, hatte ich schon im letzten Part schon so ein Gefühl gehabt. Das war hier... Warum geht die Tür nicht auf? Doch irgendwie uns langsam Richtung Ende bewegen. Wollte gerade sagen, stehe ich falsch rum? Die geht nicht auf. Ich höre schon wieder irgendwelche Zombies. Tja, Jungs. Du Böser. Was fummelst du auch an dem Taucherzombie rum? Ich kann nicht scannen. Was? 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 Ich habe keine Armbrust bei. Die hätte ich mal mitnehmen sollen. What the fuck war das? 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 Mein Gott. Ach, der lebt immer noch. Ich glaube, hätte ich den Schlag abgekriegt, wäre ich direkt tot gegangen. Jetzt muss ich erst mal einen Inventar-Check machen. Ich höre da schon wieder irgendwelche Zombies. Stolen-Munitionen haben wir noch genug. Ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg hier, weil ihr merkt ja, die sind ganz krass unterwegs. Schönen. Ah, das war gut. Ah, man weiß ich nicht. Ah, man weiß nicht. Ah, das war gut. Ah, das war ja demands. Ah, der ist. Da hinten ist noch ein Kuchen. Und weiter geht's. Das war die Mütze. Ich dachte gerade, hat da einer was geschmissen? Bretter. Das sind so Dinge in dem Spiel, die waren vollkommen überflüssig in meinen Augen. Außer die losmachen mit dem Hammer, habe ich da nie was von gebraucht. Aha. Ein Infizierter. Na, komm mal hier. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, er ist auch leer. Jetzt müssen wir die erstmal alle plündern hier. Das ist gut. Das ist gut. Hä, wenn es keine Wiederkehr gibt. Wieso habe ich denn hier einen Zombie, der eine Aufwertung trägt. Deswegen ist er ja rot. gut. Boah, wie viel hält der denn aus? Ah, fuck. Is this a movie or Sera? So, du Assi, dich hatte ich in der Ecke. Ich kann wieder nicht scannen, warum auch immer. Aber es ist ganz okay, wie ihr hier seht. Hier war ja das Riesenfeuer, aber hier kann man nichts machen. Hier war ja das Riesenfeuer, aber hier war ja das Riesenfeuer. Scheiße, jetzt hat er mich hier sehen. Ich wollte mich dem Part beenden und die im nächsten Part machen. Die Geister-Zombies. Ah, die kann ich mit einem treffen. Ich schaue nur nach unten. Nicht, dass der mir noch auf einmal in den Roten fällt. Boah, ey. Man merkt aber, dass man in den letzten Zügel im Spiel ist. Ossa, ist jetzt mal gut. Geister-Zombies. Oh, 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 oh. Ich bleib hier in der Ecke stehen, egal was ist. Weil wie ihr seht, das geht hier richtig knackig zur Sache. Müssen wir ein ganzes Paket reinschleudern, leider. Aber noch ein ganzes Paket. Hier haben wir einen kleinen und den. Und ich denke mal, da können wir im nächsten Part mit leben. Achso, untersuchen sollte ich die noch. Na klar, dafür, dass es Endgegner sind, haben die noch nicht mal was dabei. Dafür war der ja nun mal ganz locker. Einmal durch die Bude scannen. Und dann denke ich, reicht das für den Part auch. Ja, das war das, was wir gelesen hatten. Okay, ich bleib hier auf der Empore hocken. Guck hier unten auf den alten Brand. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und so long bis zum nächsten Part. Wenn es da wieder heißt, let's play Zombie. Euer H&P Nuts.